Hallo und willkommen zu Darius Comics Schule und heute mache ich ein Video, das ein bisschen mit meiner Tradition bricht. Ich habe einen separaten Filmkanal und ich ziehe eigentlich diesen Comickanal pur, nur mit Comics hoch. Und ich wollte heute eigentlich ein Video machen über Cable und Jose Ladron, ein Zeichner, der ein bisschen zeichnet wie Jack Kirby. Aber, und das muss man gucken, ob das funktioniert, aber ich habe festgestellt, dass es in der Comics Schule eben nicht nur um Comics geht, es geht auch vor allem um Story. Und Story liegt mir vor allem am Herzen, weil, und da müssen wir jetzt gucken, wie wir das am besten erzählen. Aber, ich zeige euch ein bisschen, hier in meinem Arbeitszimmer habe ich zum Beispiel hier mir zum Beispiel Dune besorgt und gestern das erste Kapitel gelesen. Und das war einfach phänomenal gut geschrieben. Und, ähm, wie ihr sehen könnt, ich habe hier zum Beispiel auch den Negan, also ich bin auch ein großer Fan von Serien, ähm, obwohl jetzt die Walking Dead nicht so mega super prickelnd war. Und hier auch zum Beispiel von Léon der Profi. Ähm, und jetzt können manche von euch sagen, okay, Comics und Filme, das sind verschiedene Sachen. Aber, ich glaube nicht. Ich glaube, dass, ähm, Comics und Filme und Storytelling und die Bücher, die wir lesen und, ähm, auch eventuell Spiele, die wir spielen. Also auch, wie ihr sehen könnt, Magic the Gathering, ähm, aber auch so Sachen wie zum Beispiel Star Wars oder wie Geschichte der Zweite Welt kriegt, der mich sehr interessiert. Ähm, oder hier vor allem Dinosaurier, Werwölfe, ähm, das sind schon, wie gesagt, ziemlich messy gerade in meinem Zimmer, ähm, aber das sind so Sachen, die miteinander verbunden sind. Und ich sage euch, warum mir zum Beispiel Storytelling so arg am Herzen liegt und warum es mir zum Beispiel immer sehr geholfen hat. Ich kann hier nochmal runterschwenken zu zum Beispiel hier Bram Stalkers Dracula, gezeichnet von Mike Mignola. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber ich glaube, dass Mike Mignola das, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, dass Mike Mignola Sachen gezeichnet hat. Und, ähm, Bram Stalker, äh, nicht Bram Stalker, ich glaube, äh, Francis Ford Coppola hat dann den Film gemacht, dass die sich tatsächlich sehr viele Sachen aus diesem Comic oder von diesen Konzepten genommen haben. Und ich würde sagen, Comics und Filme, ähm, beeinflussen sich gegenseitig, Storytelling, Bücher. Das lässt sich manchmal nicht so leicht trennen und sollte auch nicht, denn die begünstigen sich gegenseitig. Ähm, und eine Sache, warum mir zum Beispiel Storytelling oder auch gute Geschichten so sehr am Herzen liegen. Ähm, einerseits, weil ich gemerkt habe, dass mein ganzes Leben jedes Mal, wenn ich die falsche Information hatte, ob das jetzt zum Beispiel, ähm, hatte ich, ich hatte zum Beispiel 30 Jahre Neurodermitis, ja, man kann das zum Beispiel sagen, das ist eine Hautkrankheit. Tatsächlich gibt es das aber nicht. Ich habe meine Ernährung geändert und dann war das für immer weg. Und dann habe ich mich mal wieder eine Zeit lang schlecht ernährt und dann war es wieder da. Ähm, und es gibt gewisse Narrativen und Geschichten, die sich durchziehen durch unsere Welt. Ähm, und auch, wie soll ich sagen, also es gibt Sachen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Sachen und Informationen habt, wenn ihr sozusagen die Wahrheit wisst, wenn ihr zum Beispiel, Wie soll ich das am besten erklären? Aber wenn ihr wisst, wie man ein gutes Leben gestalten könnte, wenn es euch jemand erzählt hätte, dann könntet ihr das einfach machen. Ähm, ob das jetzt Lesen, Schreiben ist, ob ihr wisst zum Beispiel, ich meine, schaut mich an, ich kann, ähm, ein Video aufnehmen, ich kann mich artikulieren halbwegs und es dann ins Internet hochladen. Ähm, und das sind schöne Dinge. Und ich versuche mit euch etwas zu teilen oder mit euch etwas zu erörtern in einem Dialog. Und je besser wir uns artikulieren oder je mehr wir wissen, desto schönere Dinge können wir bauen. Und ich habe immer gemerkt, immer dann, wenn zum Beispiel Mann im Land der Fantasie ist, also jetzt, ähm, es gibt gute Fantasie, die man gestalten könnte, aber es gibt auch zum Beispiel, dass man sich Dinge vorstellt, die es gar nicht gibt und vielleicht auch dann danach lebt. Und das führt dann zu schlechten Dingen. Ähm, man könnte dann sagen, man ist dann verblendet oder man lügt oder man ist ein Scammer und solche Sachen. Das heißt, diese Dinge kommen auch dazu. Und das ist ein bisschen, warum ich dieses Video auch mache. A, weil mir Storytelling am Herzen liegt und B, weil ich auch dann so Sachen gesehen habe. Ich bin jetzt zum Beispiel in Dune 2 rein, in diesen Kinofilm, weil ich überall gesehen habe im Internet, im YouTube. Das kann man jetzt natürlich da hinstellen. Aber so, das war so, das ist ein Meisterwerk, Meisterwerk des Jahres, bildgewaltig, die Schauspielerei, die bla bla bla, die Thumbnails. Und dann hat der 100.000 bis eine Million Klicks und jeder sagt, das ist der Film, den wir gebraucht haben, der rettet Hollywood. Und ich denke so, was? Okay, vielleicht ist er gut, okay? Teil 1 fand ich nur so okay. Und um das geht es hier. Also es geht jetzt nicht nur um den Film und um Storytelling. Es geht auch um eine tiefere Wahrheit. Es geht auch um so Hype und auf dem Podest stellen und eventuell vielleicht auch so Clickbaity-Scheißdreck. Weil ab und zu sehe ich auch, entweder tun manchmal Leute ihre Meinung kund, die gar keine Ahnung haben. Manchmal sehe ich dann natürlich, dass Sachen gelobt werden, die so ein Lob gar nicht verdienen. Und da finde ich, da muss auch eine Gegenstimme sein. Es kann nur sein, niemand guckt dieses Video. Aber dann wenigstens möchte ich selber diese Stimme gewesen sein, die sagt, haltet mal, das war gar nicht so gut. Und ich werde euch auch gleich sagen, warum. Das kommt dann im letzten Part. Und ich kann es auch nicht verstehen, aber ich kann es schon auch verstehen manchmal dann und auch dann diese Unwahrheit. Man kann ja natürlich sagen, mir hat der Film persönlich gefallen und deswegen. Und dann macht man eine Review. Aber dass man dann sagt, dieses Film ist ein Meisterwerk oder das ist ein Meisterwerk. Oder kauft jetzt das oder jenes. Und ohne das könnt ihr nicht leben. Und ihr braucht meine roten Pillen für nur 99 Euro jetzt unten in den Links kaufen. What the fuck? Genau. Also kommen wir mal zu Dune 2 und auch wie gesagt zu dem Storytelling. Und ich muss schauen, ich gehe jetzt nicht oft ins Film. Ich will auch aus diesem Kanal keinen Film-Review-Kanal machen. Aber wir müssen hier über den Hype und über Storytelling reden. Denn das ist Teil dieser Comicschule. Und zwar, ich habe Teil 1 vor zwei Wochen gesehen. Ich habe ihn im Kino gesehen und fand ihn damals ganz okay. Ich fand ihn von den Bildern schön. Ich war von der Story mehr oder weniger so nicht mitgerissen. Aber doch hat mir ganz gut gefallen. Und dann am Ende von Teil 1, weiß ich noch im Kino, die letzte Stunde habe ich mich total übelst gelangweilt. Und nachdem sozusagen da eine mittlere oder Hauptschlacht geschlagen wurde, schlagen die sich nur durch die Wüste und es passiert eigentlich gar nichts, würde ich jetzt behaupten. Und dann war der Film zu Ende. Dann habe ich den Film vor kurzem wieder gesehen. Und ich fand ihn ganz gut. Aber irgendwie habe ich bei dem Film nichts gefühlt. Und ich fand alles nur sehr, ich nenne es jetzt plakativ. Das heißt, jeder hat gut geschauspielert. Aber da kam gar kein Gefühl rüber. Und das möchte ich kurz einwerfen. Heute Morgen habe ich schnell, ich habe einen Filmkanal. Aber der ist nicht groß gefüllt mit Filmen. Aber ich hatte mal vor, den aufzufüllen. Der heißt, glaube ich, Darius Filmkanal oder sowas. Und auf dem war ich. Und dann wurde mir angezeigt im YouTube, Lord of War Liberia Scene. Also das ist ein Film, glaube ich, von 2012 oder älter oder 2008 von Nicolas Cage mit Jared Leto. Da spielt er einen russischen Waffenhändler. Und die sind dann irgendwo in Afrika, in Liberia. Und er verkauft dann dort zwei LKWs voll mit Waffen und Granaten an irgendwelche Rebellen, Freiheitskämpfer, die dann aber dabei sind. Also kurz danach oder schon auf dem Hügel stehen, wo die dann schon ins nächste Dorf gehen wollen, um ein Massaker zu begehen an der Zivilbevölkerung, was wahrscheinlich irgendwie zur Konkurrenz stammt oder zu irgendwelchen Gegnern gehört. Und wir sehen das, wir kommen da rein und auch dem Waffenhändler ist es klar. Aber er weiß, dass er da nicht rauskommt, sonst kommt er nicht mehr lebendig raus. Und der Bruder vom Waffenhändler, Jared Leto, der bekommt in diese Szene sowas, sein Gewissen kommt zurück. Und er weiß, was jetzt gleich passiert. Also die hatten sozusagen keine Probleme, gegnerische Armeen auszurüsten. Aber er weiß, dass hier jetzt zum Beispiel dann Frauen und Kinder sterben werden. Und er sagt auch, er zieht irgendwann seinen Bruder zur Seite und sagt so, während er sich irgendwie die Diamanten anguckt, die er gleich bekommt. Und das ist jetzt wichtig. Und dann sagt er, Bruder, komm mal her. Und dann sagt er, was ist los? Und er sagt, komm mal her. Und dann sagt er, hey, wir können das nicht machen. Da unten sind Kinder, die sind nicht älter als dein Sohn. Und dann hat er gesagt, wir kommen hier nicht lebendig raus. Wir müssen das jetzt machen, dann müssen wir gehen. Und das ist nicht unsere Verantwortung. Wir sind nur hier, um das Geld einzusammeln. Und dann sagt er, das geht nicht. Wir können das nicht machen. Da unten sind Frauen und Kinder. Wenn wir das jetzt machen, dann, ja. Und das ist so ein Punkt. Es gab so einen Punkt, gab es nie in Dune 1 oder 2, wo einfach, wo man komplett als Zuschauer dieses Gefühl hat, okay, das ist jetzt wirklich was Krasses, was hier jetzt gleich passiert. Und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Und eventuell, egal wie es ausgeht, es gibt hier kein, es gibt hier keine No Easy Way Out. Also irgendwas wird es machen mit unserem Gefühl, mit unserer Emotion, mit unserem Geist. Es wird irgendwas anregen. Und nicht jeder Film muss euch so anregen, auf gar keinen Fall. Aber ich habe selten so wenig gespürt wie bei Dune 2 und wir kommen danach auch noch auf Star Wars zurück. Das heißt, ich will hier meine Punkte untermalen. Und ihr könnt natürlich mir schreiben, ob ich die Sache falsch sehe oder wie ihr das seht. Ich möchte auch niemanden meinen Willen aufzwingen. Ich möchte nur auf jeden Fall auch mal Positionen beziehen gegen diesen Kack-Hype, der einfach betrieben wird, damit irgendein YouTube-Reviewer auf seine 100.000 Klicks kommt, damit er seine Miete gezahlt hat. Das ist nicht richtig. Dann macht er seine Arbeit falsch. Dann gehe ich einen anderen Job machen. Dann gehe ich an der Tankstelle und arbeite dann nachts. Und dann mache ich deine Honest Reviews. Und deswegen ist es auch ein Appell an die Zuschauer, einfach wieder Grips wachsen zu lassen und ein bisschen Rückgrat, um zu sagen, okay, ich glaube jetzt nicht jeden Schund und ich muss jetzt nicht jeden Schund hier der Gehyptes fressen. Und dann in dieser Lord of War Szene, das wird sehr, sehr dramatisch. Und ich dachte so, okay, du hast jetzt in diesen fünf Minuten mehr gespürt und mehr Zwiespalt und higher Stakes gehabt als im ganzen Dune 2. Und wir kommen gleich zu den ganzen Szenen, ich erörte die. Und später komme ich noch kurz zu Star Wars. Also Dune 2, ich sitze im Kino, der Film geht los. Vorab, er geht drei Stunden und langweilt mich keine Sekunde, was eine gute Sache ist. Aber er enttäuscht mich. Und er enttäuscht mich nicht nur einmal, sondern er enttäuscht mich bestimmt so 10, 20, 30 Mal. Und jetzt komme ich zu den Enttäuschungsmomenten und Momente, wo ihr sagen könnt, sehe ich genauso oder hast du falsch gesehen? Also, auch eventuell Spoiler dabei. Das heißt, wenn ihr es nicht gesehen wollt oder nicht gesehen habt, geht und kommt von anders wieder. Aber auf jeden Fall, der Film geht los. Und Paul Adredes ist mit seiner Boss-Girl-Mutter in der Wüste. Und ich glaube, die bekämpfen die Harkonnen. Und schleppen irgendjemand, also irgendjemand ist da in diesem Leichending drin und die schleppen ihn durch die Wüste. Und dann bekämpft diese Harkonnen. Coole Szene, tolle Visuals, auf jeden Fall ganz cool gemacht. Und dann kommt sozusagen der Harkonnen-Gegner. Einer hat so ein Lasergewehr. Und der sagt dann noch, bevor er dann den Hauptcharakter abknallt, jetzt haben wir dich. Ho, ho, ho. Und dann wird er halt irgendwie gemessert von der Mutter. Und dann sagt sie, oh, dreh dein Ding niemals in so und so. Und ich weiß nicht, ob ihr die Frustration versteht, aber das ist so wie bei Austin Powers, dass der Bösewicht sagt, ich bringe dich in drei Minuten um. Und du kannst mir nicht entkommen. Und jetzt habe ich meine Pistole in der Hand und ich erschieße dich gleich. Und dann wartet er noch auf irgendwas. Und dann wird er irgendwie, dann wird er abgehalten, den Held abzuschießen. Das ist nicht gut, weil das Kompetenzlevel des Gegners abgesenkt wird und ihr habt keine High Stakes. Euer Film kann nur oder eure Geschichte oder auch euer Comic kann nur so gut sein wie der Gegner. Man sagt zum Beispiel, dass Dark Knight Rises mit Heath Ledger, dass das so ein guter Batman ist, weil der Bösewicht so gut ist. Und weil er vielleicht auch dem Helden die Show stealt. Aber Heath Ledger, ich bin mir sicher, in diesem Film als der Joker, da darf man sich keinen Fehler erlauben, sonst ist man weg. Und dann weiß man, da entsteht Spannung. Da ist was zu verlieren. Und wenn die Gegner schon so rotzedoof sind, und ich kann mir vorstellen, die Harkonnen werden ja auch in dem Buch oder auch in dem Ding als menschliche Bestien bezeichnet. Oder sind vielleicht nicht mehr ganz menschlich. Vielleicht ist auch die Intelligenz ein bisschen zurückgeblieben. Die sehen auch ein bisschen dämlich aus. Aber ich finde, sie sollten trotzdem eine gewisse Bedrohung darstellen. Denn sonst ist der Held einfach, das ist sonst abgeschwächt. Und sowas passiert kontinuierlich im Film. Ich gehe gleich weiter darauf ein. Also, der Film geht dann weiter. Die gehen dann irgendwie zu den Främen. Da passieren dann irgendwas. Und dann ab und zu. Der Plot geht einfach nur. Es gibt auch gar keine Überraschungen. Es geht einfach nur, wir gehen von A nach B. Wir gehen von B nach C. Hey, manchmal passiert ein Film irgendwas, wo sich auf einmal alles dreht. Oder wo der Held, wo ihm alles genommen wird. Ja. Jetzt könnt ihr sagen, das gab es doch in Teil 1. Aber ich habe das nie so richtig dramatisch gespürt. Ich habe ihn jetzt nicht rotz und Wasser heulen sehen. Oder zusammengebrochen in irgendeinem kleinen Loch. Und dann musste er da wieder auch rauskriechen. Das habe ich in dem Film nicht gesehen. Nicht in Teil 1, nicht in Teil 2. Jetzt kann man natürlich sagen, und das ist vielleicht auch eine gute Sache, dass er irgendwie königliches Blut hat. Und deswegen seine Moral immer sehr hoch ist und er sich rafft. Aber ich war da nicht so berührt. Und, ähm, was passiert? Gut, ich kann vorspulen zu diesem Gladiatoren-Fight, also auf diesem Planeten der Harkonnen, was cool war. Aber ich denke mir so, so, so toll sah das jetzt auch nicht aus. Ich meine, habt ihr schon mal Gladiator gesehen mit Russell Crowe? Oder habt ihr Spartacus gesehen oder andere Filme? Ich meine, allein schon optisch sehen die coole aus. Und dann, die, die Krampf-Szenen, die waren auch einfach nur schlecht, so in meinen Augen. Also es ist einfach, ich habe da nichts gespürt. Ich dachte jetzt nicht, wow, wow, woher mir jetzt die Choreografie, sondern es war so. Und ich meine, ihr müsst mir doch was bieten. Und dann kämpft ihr gegen drei des Hauses Adrides. Vielleicht wäre es noch cool gewesen, wenn ihr die Idee gehabt hättet. Hättet ihr im ersten Film ein paar Leute zeigen können, gegen die man dann im Teil zwei. Wäre einfach nur nett gewesen. Aber okay, man sieht dann. Und dann sieht man zwei so kräftige Leute und einen so eher so asiatisch angehauchten. Und einer ist dann nicht sediert und die anderen humpeln da. Und ich denke mir, wo ist da das Drama? Dieser Typ, dieser in Weiß mit seinen tollen Messern, ist die beste Assassine vielleicht des Planetens. Und er kämpft gegen zwei Leute. Die hinken und die auf Drogen sind und gegen einen alten asiatischen Mann, der auch nicht in bester Verfassung ist. Wo ist da das Drama? Ihr habt hier so einen Gegner und das sind eben seine Gegner und die sind drunter. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon mal Spiele gespielt habt oder Diablo oder Weovie oder was weiß ich, aber da ist kein Wachstum. Da ist nichts, um nach oben zu wachsen. Und es ist natürlich schon cool, dass er da fightet und ganz schlecht war das jetzt auch nicht gemacht. Aber es war so, wieso einfach nur so kalter Kaffee oder kalter Tee? Das war jetzt auch nicht so, wo du gedacht hast, okay, der ist jetzt am strugglen und jetzt kann er wachsen. Cool wäre es gewesen, wenn es so gewesen wäre. Oder wenn irgendjemand ihm wehgetan hätte und er dann, sag ich mal, noch die Klinge genommen hätte aus seinem eigenen Fleisch und hätte noch das abgeleckt und hätte gedacht, so geil, jetzt habe ich noch mehr Bock drauf. Wo war diese Szene? Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte das in meinem Comic gemacht, da hätte der Bösewicht, hätte gefeitet gegen all diese drei Leute, vielleicht wären die ein paar und dann irgendwas wäre passiert oder vielleicht sein Onkel hätte sogar noch Ding und dann hätte er irgendwas irgendwo reingekriegt und hätte das genüsslich rausgezogen, das Blut abgeleckt, sich dran gelabt wie ein Vampir und gesagt, jetzt habe ich richtig Bock. Und dann geht er ab und dann sehen wir so Choreografie, so bam, 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 bam. Und dann vielleicht kriegt er noch ein, zwei und dann aber ist er so ein Psycho, dass er dann richtig krasse Sachen macht und dann, wisst ihr, was ich meine, das wäre ein Film. Aber nein, gibt es nicht. Und dann geht der Film weiter und dann die ganze Zeit, manchmal wirklich auch super cringy, der nächste Moment, also das ist zum Beispiel ein Action-Element gewesen, aber jetzt zum Beispiel ein Storytelling-Element. Und dann kommt unser Held Paul Muadib Adridis dann endlich zu diesem, zu dem im Süden. Die ganze Zeit hat er Vision, dass wenn er in den Süden geht, dann werden ganz viele Menschen sterben, weil das seine Schuld ist und wahrscheinlich dann einen heiligen Krieg ausbricht. Und man sieht davon nichts, außer so ein paar CGI-Bilder und das ist ja auch okay, aber man hätte sich ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr. Vielleicht bin nur ich das, vielleicht hat es euch auch getaugt. Aber auf jeden Fall, dann kommt ihr da hin, dieser Rat mit tausend Leuten, die sagen, ja, du bist nicht der Messias und andere sagen, ja, der ist der Messias. Und dann geht er da hoch und dann sagt er ganz großkotzig, doch, ich bin der Messias und ich brauche euch alle und dann geht er zu irgendeinem Kämpfer, der zweifelt und dann sagt er, doch, ich weiß, dass heute deine Oma gestorben ist und mit neun Jahren hat sie ihr Auge verloren, das und das und das und das und deswegen. Und dann sagt er, und dann sagen die, oh mein Gott, es ist der Messias, Maximus, Maximus der Barmherzige oder The Lion King, weißt du, es ist so, es ist diese großartige, bombastische Szene, die so voll wichtig ist und dann so in drei Minuten abgearbeitet. Next. Und dann, ja, der muss noch einen Sandwurm reiten und dann kommt da so der Sandwurm und dann so, der kriegt es bestimmt hin, der kann es bestimmt machen. Und dann kommt so der größte Sandwurm der ganzen Welt und die so, oh mein Gott, nicht dieser Sandwurm. Und dann struggelt er, aber er struggelt jetzt auch nicht so hart, also am Anfang fällt er dann Ding, dann hier. Man sieht auch nicht viel vom Sandwurm, ich muss auch nicht sagen, dass es ein Riesenspektakel sein muss, aber es wäre nett gewesen, wenn es irgendwie, ich weiß nicht. Also der Film hat natürlich auch sehr realistisch sein wollen, auch mit seinen fremen Wasseranzügen und so, aber ich kann mich erinnern, glaube ich, dass in der Dune, in anderen Dune-Verfilmungen das alles manchmal ein bisschen pompöser aussah oder schicker oder schöner. Das ist auch wieder Geschmackssache, aber das sah in diesem Film so schon realistisch aus, was gut ist. Es war dann so geerdet, also sehr realistisch, so man kann glauben, dass es diese Welt gibt, aber gleichzeitig auch so sehr unspektakulär. Und dann kriegt er das hin, diesen Sandwurm zu reiten und dann so, okay, nächste Checkbox, okay, der Messia, okay, er hat den Sandwurm geritten, okay, was kommt als nächstes? Ich weiß nicht, was kommt als nächstes? Diese Sachen mit den Atombomben, das war recht interessant. Und dann findet er Gurney und die ganze Zeit zieht sich das durch so einen Film, wo Sachen aufgebauscht werden und dann in einer Minute abgehandelt werden. Ich spoilere jetzt ein paar Sachen hier. Gegen Ende reitet er mit den Sandwürmern, also, wie war das nochmal zum Schluss, stellt sich raus, dass ganz viele Sachen kommen raus und die kommen so raus in so einem Minutentakt und die werden so dargestellt, als wären die jetzt super wichtig und man spürt einfach genau null, nichts, nada, einfach nichts. Weil das einfach nur so runtergeleiert wird und bedeutungsschwangere Bilder, aber man spürt nichts, weil der Film nicht weiß, wie er Emotionen hervorrufen soll. Und er macht auch überhaupt gar keinen Sinn und ich komme auch jetzt gleich dazu. Also zum Schluss irgendwie, er und seine Mutter trinken so ein heiliges Wasser aus irgendwelchen Würmern und dann können die in die Vergangenheit und in die Zukunft zählen und dann findet er raus, dass der Baron sein Opa ist. Was hat das für ein Gewicht? Ich weiß nicht, vielleicht im Buch hat das ein Gewicht, aber in dem Film überhaupt gar nichts. Wenn wir dazu zum Beispiel Star Wars vergleichen, Luke Skywalker, wir spüren richtig, dass er im Teil 1 irgendwie so ein Junge ist und dass er da reift. In Teil 2 ist er dann so ein bisschen kompetenter und kriegt die ganze Zeit so seinen Arsch versohlt, aber er bemüht sich. Es ist ein wirklich ehrliches Bemühen und ein echtes Scheitern, wie wir das eben auch kennen aus unserem eigenen Leben. Dass man tatsächlich alles gibt und dann langt es trotzdem nicht, dann reicht es nicht. Und er verliert seine Freunde und Han Solo wird eingefroren und er verliert seine Hand und es kommt raus, dass Darth Vader sein Vater ist. Und das sind wirklich wichtige Sachen, die mir Gänsehaut bereiten. Und die wirklich, das sind so Sachen, wo du denkst, das ist heftig, das ist heftig jetzt, was kommt als nächstes? Und wo man nicht weiß, wo geht es hin und was passiert? Und am Ende von Return, nee, The Empire Strikes Back ist sozusagen, es ist halbwegs gut ausgegangen, aber wir wissen nicht, was ist mit Han Solo. Luke hat seine Hand verloren, er bekommt diese elektronische oder die mechanische Hand. Wir wissen nicht genau, was passieren wird. Und dann Teil 3 stellt er sich den Imperator, aber er ist bereit, oder er ist fast, also es sieht so aus, als ob er verliert. Und dann erbaumt sich der Vater, Darth Vader, und kümmert sich um den Imperator. Und dann kommt eine übeldramatische Szene. Und all das, das hat so einfach Gewicht und es ist so konzipiert worden, dass es Sinn macht. Für den Kopf, für das Herz und für die Seele und auch für das Spektakel, das wir am Kino sehen, im Kino. Und es ist nicht so dieses Cringe-Fest wie bei Dune. Wie gesagt, ich will den Film mögen, aber ich kann ihn nicht mögen. Und dann zum Schluss, die Harkonnen, die total böse sind. Der Imperator, Christopher Walken, kommt mit der Klinge des Imperiums, also den Imperial Saddukar, die die besten Kämpfer der Galaxis sind. Und ich glaube, das ist auch so seine Hauptstreitmacht, mit denen er die Häuser in Schach hält. Und die Bene Gesserit, die machen natürlich diese politischen Schemes, aber diese Saddukars sind super mächtig. Und in der letzten halben Stunde, was passiert? Der Imperator kommt mit seinen Saddukar. Die Harkonnen sind eingeschüchtert. Und genau, es gibt da noch diesen Fight zwischen Radovan, also gespielt von David Batista und Josh Brolin. Und was passiert da? Riesenlang wird das aufgebauscht. Und dann tut Dave Batista zweimal seinen Fliegel irgendwie irgendwo hinschleudern. Und Josh Brolin gibt ihm einfach eine Klinge in den Hals. Zack, Plottpunkt abgehandelt. Und dann geht es genauso weiter. Die Fremen stürmen den Imperialen Palast. Saddukar warten. Ich denke so, bitte gib mir die Battle, bitte gib mir die Battle. Das sind die krassesten Fighter. Das sind irgendwelche verrückten, erzogenen Sträflinge, die von klein auf irgendwie zu den besten Kriegern des Universums gemacht werden. Dann laufen die einfach in so einen schattigen Raum. Oder in einen staubigen Raum. Und dann kommen Fremen raus. Fertig. Nichts. Keine Battle. Kein gar nichts. Dann kommen die hoch. Dann sagt der Imperator was. Dann sagt der Harkonnen was. Dann übernimmt Paul Arthritis. Und nichts passiert. Und dann gibt es eine End-Battle zwischen dem Bösewicht und ihm. Und dann kriegt Paul irgendwie ein Messer in die Seite. Und man denkt, es ist knapp. Auch hier wird die Choreografie so okay. Und dann gucken die beide sich an. Und dann stirbt der Bösewicht. Also der kriegt dann offscreen irgendwie so ein Messer. Du weißt nicht wie. Du weißt nicht warum. Das ist nicht einfach nur. Das passiert. Und dann fällt der Bösewicht um. Und du denkst so okay nice. Also ich habe das natürlich erwartet, dass der Gute gewinnt. Aber ich spüre so überhaupt gar nichts. Weil Stakes waren so überhaupt nicht hoch. Also ich habe jetzt nicht gespürt, dass der Bösewicht jetzt gleich am Gewinnen ist. Oder dass der Hell struggelt. Oder das war so einfach nur. Das passiert. Und das passiert. Und das passiert. Und dann ist das passiert. Und das ist einfach dumm. Und ich glaube, ich habe nichts weiteres mehr hinzuzufügen. Außer, dass ich finde, dass es eine verschenkte Chance ist. Und dass ich nicht verstehe, wie Leute darin ein Meisterwerk sehen. Wo sie es sehen. Wie sie es sehen. Und es wäre interessant, so ein Video zu gucken. Und das zu verstehen. Ich glaube, der Rest ist aber einfach nur Hype. Und dass man das mögen will. Weil irgendjemand gesagt hat, das ist das Beste der Welt. Und alle sagen, ja Mann, das ist das Beste der Welt. Tja. Also, wir sehen uns im nächsten Video. See ya.